Jetzt geht's los. Rund 80 Jugendliche und junge Erwachsene haben ihre ersten Schritte gemacht zur Vorbereitung auf den Weltjugendtag in Krakau. Was erwarten die Jugendlichen von dieser Begegnung? Ich fahre mit, weil da sind viele meiner Freunde dabei aus der eigenen Pfarrei. Und da gibt es eben noch mehr andere Jugendliche, mit denen ich mein Glauben teilen kann oder mit denen man dann zum Gebet zusammenkommt und halt einfach neue Leute kennenlernt, auch aus anderen Ländern. Ja genau, ich möchte auch einfach diese Möglichkeit nutzen, mit anderen jungen Erwachsenen in Austausch zu kommen über den Glauben, den gleichen Glauben, den ich auch habe. Einfach diese Erfahrung zu bekommen, wie das ist, wenn so viele junge Menschen sich an einem Ort treffen und zusammen den Gottesdienst feiern. Auch in Mainz haben die jungen Leute gemeinsam ihren Glauben gefeiert. Selig, die ein reines Herz haben. Was diese Bibelstelle bedeutet, war Thema der Predigt von Weihbischof Udo Benz. Also schauen wir noch einmal kurz darauf, was meinen denn die Seligpreisungen mit einem reinen Herzen? Jesus spricht im Evangelium von Dingen, die unser Herz verunreinigen. An einer Stelle wird er gefragt, was macht denn den Menschen unrein? Und im Hintergrund sind die jüdischen Reinheitsvorschriften. Teller spülen, bestimmte rituelle Reinigungsvorschriften einhalten. Und da sagt Jesus, lasst es. Das macht euch nicht unrein. Unrein macht euch etwas ganz anderes. Unrein macht euch das, was ihr im Herzen an Gefühlen tragt. Hass, Neid, Eifersucht, Bosheit, Missgunst. Erzählt vieles auf. All das macht euer Herz unrein. Ein solches Herz kann Gott nicht schauen. Beim Regionalen Weltjugendtag in Mainz ging es auch um ganz praktische Dinge. Was erwartet die Jugendlichen in Polen? Wann geht es los? Wer kann mitfahren? Wenn aber, wie gesagt, da drei bis vier Millionen von einem Feld runter wollen, ist zu erwarten, dass nicht jeder direkt seinen Bus findet und losfahren kann. Deswegen haben wir uns entschieden, einen Tag länger noch da zu bleiben. Aaron Thorner, Referent für religiöse Bildung im Bistum Mainz, organisiert die Fahrt nach Krakau. Und er kennt alle wichtigen Fakten. Ja, was schon gemacht wurde, wir haben die Anmeldungsformulare schon bereitgestellt auf unserer Homepage. Ab jetzt kann man sich wirklich fleißig anmelden. Bis zum 15. Januar ist es möglich, sich anzumelden. Und ja, wir hoffen auf möglichst großen Zuspruch in unserem Bistum, dass wir mit einer großen Gruppe nach Krakau fahren. Und wir freuen uns, wenn sich viele anmelden, als Einzelperson oder auch als ganze Gruppen von Vereinen, Dekanaten. Wir freuen uns auf die Fahrt und ich glaube, das wird ein wirklich einmaliges Erlebnis, wenn wir in Krakau zusammen sind. Papst Franziskus treffen, auf die polnische Kultur, die polnische Gastfreundlichkeit treffen. Die Vorbesuche, die wir schon hatten in Krakau, waren sehr einladend. Und ich glaube, das wird ein wirklich wahnsinnig tolles, großes, internationales Fest mit viel Begegnung und vielen auch spirituellen, besonderen Momenten. Was macht mir eine Paula Whoffkanteisch? Nururity. Musik 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 Musik